Ob als Hausaltar, Skriptorium oder Spielecke genutzt, die Chörelein verleihen der Nürnberger Altstadt ein eigenes Gesicht. Das erste Gebäude, das die Altstadtfreunde gekauft und in Eigeninitiative wiederhergerichtet haben, steht in der unteren Krämersgasse. Es stammt aus dem 16. Jahrhundert und hatte in seiner langen Geschichte viele Besitzer, vom Rotschmied bis zum Kleinodienhändler. Der Fachwerkbau hatte den Zweiten Weltkrieg mit einigen Blessuren gut überstanden, dann aber ließ man ihn völlig herunterkommen. Die Ruine von einst ist heute ein Schmuckstück geworden. Während die oberen Stockwerke als Wohnungen vermietet sind, befindet sich im Erdgeschoss Nürnbergs älteste Puppenklinik. Wer Rose Weihreters winzige Ladenwerkstatt betritt, begibt sich unwillkürlich auf eine Reise in eine andere Zeit. Seit dem 15. Jahrhundert ist Nürnberg mit seinem Umland eine Spielwarenhochburg. Dies sind die frühesten Fernsehbilder von der inzwischen alljährlich stattfindenden Nürnberger Spielwarenmesse. Sie stammen aus dem Jahr 1953. Frau Weihreter, mit was haben Sie denn als Kind in der Nachkriegszeit gespielt? Ach, das kann ich Ihnen zeigen, da habe ich was Hübsches. Und zwar, da geht mir mein Herz auf, wenn ich mein Köfferle aufpacke. Schauen Sie doch mal, diese ganzen netten Sachen, die waren früher im Corona-Café drin. Und wenn da noch der Deckel dazu drin war, das ist doch ein absoluter Traum. Oder die kleinen Soßen, Töpfchen, Kaffeetassen oder Bratpfanne, Schaufeln. Also ganz selten war das hier, weil da oft der Deckel ganz verbuddelt war im Kaffee drin. Und das haben Sie alles aus der Nachkriegszeit aufgehoben? Ja, das ist aus meiner Kindheit, so 48, 50, 54. Während sich Nachkriegskinder noch mit Ruinenfundstücken begnügen mussten, war es ein paar Jahre später ganz selbstverständlich, dass man in einem Laden wieder Spielwaren kaufen konnte. Also ich sammle selber schon seit meinem 20. Lebensjahr viel auf den Sperrmüll oder auf Flohmärkten. Findet man heutzutage noch all diese Dinge leicht? Ja, im Antiquitätenhandel sicher. Gute alte Porzellanpuppen, Käthe Krusepuppen, Schildkrötpuppen, findet man schon, ja. Aber früher war es einfacher, das zu entdecken? Ja, es gab es viel mehr. Mittlerweile ist ja Zelluloid wahnsinnig porös, zerbricht praktisch wie die Christbaumkugel, wenn man es unsachgemäß anlangt oder zu fest hindrückt. Viele meiner Kunden haben ja schon Zelluloidpuppen einfach zerdrückt. Was ist denn so das Typische der 50er, 60er Jahre Spielzeug? Und das sind diese Puppen hier, die Inge. Dann eventuell, ja, die Ossl ist ganz typisch. Die wurde nicht aus Zelluloid hergestellt, sondern schon aus Tortolon. Die bricht auch nicht so leicht, die ist stabiler. Ganz nett ist auch die, die ist aber nicht aus meiner Kindheit, aber die habe ich gesammelt. Das ist zwar eine amerikanische Puppe, das ist die Genie, aber ich finde die ist sowas von niedlich, wie die läuft, ne. Die kann richtig laufen. Putzig, ne. Ob mit der Hand geführt, mechanisch oder schon batteriebetrieben. Bewegliches Spielzeug war in den 50er Jahren der große Renner. Die neueste Erfindung der Astromann. Solch ein ferngesteuerter Roboter konnte auch damals schon das Kind im Manne wecken. Am Weinmarkt hat Kai Fischer seinen Blumenladen. Nach dem Krieg soll es geheißen haben, auf der Seebalder Seiden, da geht kein Geschäft. Heute blüht dieses Altstadtviertel im wahrsten Sinne des Wortes auf. Also ich komme ja vom Dorf. Und für uns war das immer so eine richtige Weltreise, nach Nürnberg überhaupt zu kommen. Also das hat man sich auch wirklich nicht, jetzt fährt man ja einmal am Tag, zweimal rauf und runter. Früher war das wirklich so ein Monat, einmal im Monat ein Ausflug. Und ich habe mir das immer so einmal im Monat gegönnt und habe mich dann in die breite Gasse gesetzt und habe mir die Leute angeguckt, weil sie immer gar so schräg waren. Da gab es Punker und dann gab es irgendwelche alten Omas mit Krokohandtaschen. Das fand ich immer super. So etwas gab es bei uns auf dem Dorf nicht. Die Nürnberger Altstadt war schon immer ein dankbares Motiv. In den 50er Jahren hat dort Gerhard Graf Ledebur in einem seiner frühen Dokumentarfilme für das Bayerische Fernsehen das Großstadttreiben beobachtet. Die Menschen, die Mode, das Milieu. Sie spielen. Sie spielen. Musik Die Altstadt hat sehr viel Potenzial, wird vor allem von Touristen und Auswärtigen erkannt. Alle sagen, Nürnberg ist so toll, hat so viele kleine Geschäfte, hier kriegt man alles, die Leute sind nett. Ich finde es ja toll, dass das der Rest der Welt so sieht, aber ich finde die Nürnberger dürften es ruhig auch so sehen, weil mit dem Selbstbewusstsein hapert es noch so ein bisschen im Vergleich zu anderen Städten. Also Nürnberg könnte sich um einiges mehr trauen, weil es wirklich eine tolle Stadt ist. In der Nähe seines Blumenladens am Fuße der Kaiserburg wohnt der Florist und Organist in einem mittelalterlichen Fachwerkhaus, das die Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg weitgehend unbeschadet überstanden hat. Musik Man darf kein großer Freund von rechten Winkeln sein, hier gibt es keinen einzigen rechten Winkel. Es ist alles krumm und schief und meist die Decke höher, meist die Decke flacher. Es ist einfach sehr gemütlich. Durch das Holz wird es schon sehr düster manchmal? Nee, eigentlich sehr wohnlich, sehr behaglich. Man fühlt sich hier einfach sehr geborgen. Das warme Holz macht es echt gemütlich. Es ist auch hier nie kalt in diesem Haus. Wir haben selten die Heizung an, es ist gut isoliert und das Holz tut ja wahrscheinlich auch seinen Teil noch dazu beitragen. Das Haus ist von 1435. Das einzige, was hier in der Zeile nach dem Krieg noch erhalten blieb. Und die Wandvertäfelung ist von 1503, 1504. Ist Eiche mit Nussbaum und Rosenholzintasien. Also das ist wirklich ein absolutes Schmuckstück, auch das Ausschlaggebende, wieso ich hier die Wohnung überhaupt genommen habe. Ja, aber so das Dunkle, das muss man schon auch irgendwie mögen. Ja, da gibt es in Nürnberg einen ganz schönen Spruch, der heißt, meine Katze macht Mäus, ich mache sie nicht einmal gebraten. Heißt so viel wie, dem einen gefällt es dem anderen nicht. Jedem Tierchen sein Pläsierchen und das ist halt immer ein Pläsierchen. Wie hat dieses Haus eigentlich früher ausgeschaut? Ach, das war ganz kreislich. Ganz kreislich. Es war verputzt, das Fachwerk draußen war noch nicht freigelegt. Man hat auch noch diese Bombeneinschlagspuren draußen dran gesehen und, also, schön war es nicht. Sie sehen das ja hier auf dem Foto. Das habe ich von Vormietern bekommen aus dem Haus. Da sieht man drauf unser Haus. Mit direktem Blick auf die Burg, die man jetzt natürlich nicht mehr hat, durch die ganzen neuen Anbauten aus den 60ern und 70ern. Inzwischen ist es Nacht in Nürnberg geworden. Ungestört feiern kann man seit jeher hoch oben auf der Kaiserburg. In seinem Turmatelier hat der Künstler Günther Schmid-Klöhr zu sauren Zipfeln mit handgemachter Musik geladen. Fränkische Köstlichkeiten, die nur Mundart- und Bratwurst-Banausen nicht gutieren können. Früher habe ich gehabt, schon noch Meister. Also, heute hätte ich es sollen und ein Absatz davor. Ich bin halt der Lopp. Ich bleibe halt der Lopp. Ich bin halt der Lümbäger Lopp. Nachtschwärmer gab es natürlich auch früher in Nürnbergs Altstadtgassen. Wem die Sperrstunde geschlagen hatte, dem leuchteten damals allerdings noch Gaslaternen heim. Den Vorhang schließt Nürnbergs ehemaliger Oberbürgermeister Andreas Urschlechter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017